Mein Beruf ist Set Decorator, auf Deutsch Filmausstatter. Und über mir steht der Production Designer. Der entwickelt mit dem Regisseur das Konzept des Looks des Films. Ich muss dann halt mit den Vorgaben Vorschläge machen, wie kann die Ausstellung aussieht. Es muss wirklich so sein, dass man konzeptionell was mit beiträgt. Dass man wirklich auch einen Input bringt für den Look. Ich bin sehr glücklich gewesen und eigentlich bis heute habe ich nie so richtig geglaubt, dass ich was damit zu tun habe. Das sind alle Looks. Ich finde das toll, dass ich da mitmachen darf. Ich fühle mich sehr geschmeichelt. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017